Das Hotel Leroyal liegt in Moslagü in Elsass-Lothringen. Der eine Gast, der das Hotel bewertet hat, empfiehlt dies zu 100% weiter und vergibt 4,7 von 6 Sonnen. Dabei hat er das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsprogramme bewertet. Nun die Bewertungen im Detail. Service Für den hervorragenden Service dieses Hotels bedanken sich die Gäste mit 6 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,3 von 6 Sonnen. Gastronomie Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Zimmer Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Für das gute Sport- und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,5 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Die Gäste bewerten die Lage des Hotels mit nur 3 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.